Wagner setzt sich für den Schutz und Erhalt wertvoller Lebensräume ein. Deshalb haben wir die Aktion Woody Loves Bees ins Leben gerufen. Unsere Idee, beim Kauf eines Wagner-Pflanzenrollers gibt sein Gratis-Samentütchen dazu. Mit dieser Aktion bringen wir ca. 250.000 Samentütchen auf den Weg. Wenn alle Verbraucher fleißig mitpflanzen, dann erhalten wir eine Weidefläche für Bienen und Insekten von ca. 175 Fußballfeldern. Um diese Aktion im Handel bestmöglich zu unterstützen, haben wir eine Top-Seller-Promotion mit Woody's Lieblings-Pflanzenroller für Sie zusammengestellt. Steigern Sie mit dieser Aktion nicht nur Ihren Pflanzenroller-Umsatz, sondern helfen Sie aktiv mit, wertvolle Lebensräume für Bienen und Insekten zu schützen. Untertitelung des ZDF, 2020